Mein Gebet zum Vater im Himmelreich Heiliger, heiliger himmlischer Vater, das Alpha und das Omega Danke für Materie der Elemente, Licht von Sonne, Mond und Sterne und Leben, denn es ist so vielfältig Danke für die Natur, danke für deine Gnade, durch das du immer mehr Geschenke verteilst obwohl du schon siehst, dass wir viele Geschenke haben und dann noch einen drauf setzt, Vergebung und Güte Du sorgst dich für ein liebender Vater, Alpha und das Omega Ich überrasse deine Kinderseugung, du übst Mast und Tust Gerechtigkeit Vielen Dank, dass ich es sehen kann, und zwar alle guten Dinge und Lebewesen dass ich hören kann, alle Lebewesen riechen kann, unsere Parfais schmecken kann für die Vielfalt deiner Gaben gehen kann von Platz zu Platz und zwar in Anbetracht dessen wenn ich einen neuen Körper abbitte und einen neuen Körper bekomme von dir wenn ich ihn abbitte Egal ob die Atmative Bewegung mich mit radioaktiver Strahlung töten wollte du hast mir einen neuen Körper gegeben, nachdem ich darum gebeten habe dass du uns immer wieder eine neue Kraft schenkst und uns an einen geistenseeleangepassten und sterblichen Körper gegeben hast an einen geistenseeleangepassten und sterblichen Skelette gegeben hast einen geistenseeleangepassten und sterblichen Wirbelsäulen gegeben hast damit wir, wenn wir ein Organversagen hätten, wir ein neues, wunderbaustes, lebendiges Organ bekommen vielen Dank, dass du uns zusammenhältst und immer mit uns bist und sogar in dunklen Zeiten uns beischließt, uns mit einer Allmacht beschützt dass du deinen Sohner Schadonei sind wie in der Liebe und Selbstbeherrschung er, dass er sogar fliegen kann zu anderen Planeten, wo immer er auch Leben im Bau erheben kann Misesquatsch, Wasserbruschenhorchis, Kletorietno, Quentoriana, Tangaradine, Tangarine, Tantaradime, Keptoriana, Explanager, Ismarettis, Seelenfeger, Asgard, Fanfan, Engelsauer, Mappelgriffen, Ganschatz, Teletubbies, Talismane, Elema, Roosevelt, Sambitana, Perro, Quantis, Fleschis, Volkanen, Alexis, Ravensburg, Gwinschis, Trinitat, Zypultarus und Ravensburg, Sein Name ist er gepriesen und erscheint ein Eis oder ewig gehorchen und auch so bleiben wie er ist Danke für die Heilung und die Früchte des Heiligen Geistes in Harmonie Danke, dass du mich liebst, ich liebe dich auch und PS Vollekanehoshi, ich buntes Stasen und Vollekanehoshi, Amen Willkommen zur Plattform Geruchsfeuer, der Plattform für heute zuletzt Ich präsentiere euch heute von Parfums de Mali Das bedeutet vom Arabischen übersetzt ins Deutsche Freude Und gebe jetzt in Kugel ein, was ihr auch machen könnt Und zwar Parfums de Mali Parfums de Mali Orayan Fragantica Ich zeige euch jetzt das Bottle Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der abonniere bitte meinen Kanal Und wer schon hat, danke für die Treue Ihr könnt mir eine Kommentarbox schreiben, ob ihr die nachkauft, wenn ihr euch habt, welche ihr mir vorschlagen könnt Und solche Sachen Und wer überhaupt meinen Kanal noch interessiert, kann Glauben Sie dies schauen, wo ihr den Heiligen Geist befragen könnt Ihr könnt Musikvideos schauen, wo ihr die Musik von mir genießen könnt, die ich gemacht habe Und Electromagnetic Propulsion Videos, das ist ein Antrieb, der auf dem Magnetismus basiert Und Fun-Videos, wo ich lustige Dinge mache Und Tanz-Videos Und ihr könnt sehen, wie von rechts unten bis nach links oben die Videos Vom alten Sohn Gottes, Jesus, den es nämlich nicht mehr gibt Rauf zu Arshadonai Den neuen Sohn Gottes, der jetzt seit dreieinhalb Jahren der neue Sohn Gottes ist Also nach der Titelmusik geht's weiter Willkommen zurück bei Jerusalem, der Platz mir für heute die letzte Konos an der Parfum und an der Extre Hier spricht Manuel Cuellos City Und das ist Oya Jan von Parfums de Mali Kommt in dieser Verpackung Und so schaut es aus Das ist die Präsentation von diesem wunderbaren Ode-Pfaffur Insamt eingebettet Und riecht nach Freude Bisschen nach Bakery Nach Apfelkuchen Und da ist Honig Also, ja Die Hauptakkorde sind Ampriert Dann warm-würzig Dann kommt Vanille Dann kommt Zimt Dann kommt Honig Dann kommt Süß Dann kommt Blumig Dann kommt Balsamisch Dann kommt Budrig Dann kommt Moschusatig Und die Ingredienzen sind Zimt Honig Osmantus In der Kopfnote In der Herznote Benzoinharz Ladarnharz Amberg Ries Und Beifuß Und in der Basisnote Tonka Pone Vanille Bajuli Und Moschus Es ist 2013 erhältlich Und es kostet so um die 230 Euro auf diversen Plattformen Also verschieden, wo man es kauft Ja, das war die Plattform Geruchsfeuer Mit einem Gebet am Anfang Ich danke fürs Zuschauen Und Zuhören Viel Spaß bei den nächsten Videos Und Bleibt gut drauf Und riecht auch weiterhin gut Okay Also Ciao Baba Tschüss Mit du